Oskar Schönefelder wird ausgeliehen zu Jan Regensburg, das und alles nach dem Intro. Ja Leute, der liebe Oskar Schönefelder wird ausgeliehen zu Jan Regensburg. Ja, also was soll ich dazu sagen, ist relativ gut, wir hatten ja schon eine gute Laie an Jan Regensburg mit Jan Niklas Beste, der ist auch gut geworden. Also Jan Niklas Beste hat eine super Saison in Regensburg gespielt und dann kann ich mir auch vorstellen, eine schöne Felder, da eine gute Saison spielen wird. Ja, also das war es auch eigentlich schon mit der News. Danke, dass ihr zugehört habt. Bis dann, euer Justin. Tschüss.